Die Gesundheit Deiner Nieren ist entscheidend für Dein allgemeines Wohlbefinden. Diese Organe sind fleißig und leisten eine Menge Arbeit. Sie sorgen für den Ausgleich von Elektrolyten und Flüssigkeiten und produzieren wichtige Hormone. Durch unser hektisches Leben und unseren ungesunden Lebensstil vernachlässigen wir sie oft. Das kann zu Schäden oder Krankheiten führen. Aber keine Sorge. Durch den Verzehr bestimmter Lebensmittel kannst Du Deine Gesundheit verbessern und Deine Nieren heilen. Ja, das ist wahr. Was Du isst, hat einen großen Einfluss auf Deine Nierengesundheit. Es kann sie belasten oder ihr helfen. Dieses Video zeigt Dir 8 Lebensmittel, die reich an Nährstoffen sind und Deine Nieren heilen können. Also fangen wir an. Nummer 1 – Bittermelone Die Bittermelone, eine essbare Frucht mit einzigartigen gesundheitlichen Vorteilen, wird weltweit angebaut. In der traditionellen Medizin wird sie vor allem in Asien, Afrika und Südamerika hochgeschätzt. Zu ihren zahlreichen gesundheitlichen Vorteilen gehört die mögliche Verbesserung der Nierengesundheit. Sie enthält Antioxidantien wie Vitamin C, Vitamin B, Lutein und Zantin. Diese Antioxidantien bekämpfen oxidativen Stress im ganzen Körper, auch in den Nieren. Oxidativer Stress ist ein Ungleichgewicht zwischen freien Radikalen und Antioxidantien, das Zell- und Gewebeschäden verursacht. Er kann die Nieren schädigen und Nierenkrankheiten verursachen. Er kann auch die Glomeruli, die Reinigungseinheiten in den Nieren, vernarben lassen. Bittermelone hilft, die Nieren zu heilen, indem sie oxidative Schäden verhindert. Die Bittermelone hilft den Nieren auch bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels dank ihrer Inhaltsstoffe wie Charentin und Vichin. Diese Stoffe verbessern die Verwertung und Ausschüttung von Insulin, einem Hormon, das den Blutzucker reguliert. Mit der Zeit kann ein hoher Blutzucker die Blutgefäße der Nieren schädigen und eine diabetische Nephropathie verursachen. Bittermelone schützt deine Nieren, indem sie dir hilft, den Blutzucker zu kontrollieren. In zahlreichen Studien wurde nachgewiesen, dass Bittermelone den Blutzuckerspiegel reguliert. Eine Studie mit 40 Teilnehmern zeigte, dass der Verzehr von 2000 Milligramme Bittermelone täglich über vier Wochen den Blutzuckerspiegel wirksam reguliert. Bittermelone wirkt auch entzündungshemmend, was hilfreich sein kann, um Nierenentzündungen zu reduzieren und bestimmte Nierenerkrankungen zu verlangsamen. Chronische Nierenerkrankungen und andere nierenbedingte Krankheiten sind oft mit Entzündungen verbunden. Bittermelone behandelt Nierenschäden, indem sie die Entzündung unter Kontrolle bringt. Eine Studie hat außerdem ergeben, dass Bittermelonen Nierenschäden durch Methotrexat, ein Medikament, das zur Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt wird, verhindern können. Aber das ist nur der Anfang. Die Bittermelone hilft dir auch, den Spiegel des schlechten Cholesterins, LDL, zu senken, das ein Risikofaktor für Nierenerkrankungen ist, und erhöht gleichzeitig den Spiegel des guten Cholesterins, HDL. Bittermelone kann sowohl roh als auch gekocht oder in Kapselform verzehrt werden. Rohe Melone ist bitter und schwer zu essen. Bittermelone ist gut für deine Nieren, aber sie sollte mit Vorsicht genossen werden. Bittermelone kann bei übermäßigem Verzehr aufgrund der bioaktiven Verbindungen schädliche Auswirkungen haben. Nummer 2. Leinsamen Diese winzigen Samen sind vollgepackt mit Nährstoffen, die für die Nierengesundheit von Vorteil sind. Sie enthalten Omega-3-Fettsäuren, insbesondere eine Form namens Alpha-Linolensäure, ALA. Diese Fettsäure kann Entzündungen reduzieren und deine Nieren heilen. Leinsamen enthalten außerdem Ballaststoffe und Phytolignane. Zusammen mit den Fettsäuren können diese beiden Nährstoffe dazu beitragen, die Herzgesundheit zu verbessern und den schlechten Cholesterinspiegel zu senken. Diese beiden Vorteile sind miteinander verbunden, da sie beide die Nierengesundheit fördern. Ein gesundes Herz und ein niedrigerer, schlechter Cholesterinspiegel sorgen dafür, dass die Blutgefäße gesund bleiben und das Blut richtig zu den Nieren fließt. Leinsamen senken auch den Blutdruck. Das ist ein großer Vorteil, denn hoher Blutdruck kann Nierenprobleme verschlimmern. Hoher Blutdruck beeinträchtigt die Blutversorgung der Nieren, ihre Leistungsfähigkeit und kann sie schädigen. Leinsamen lassen sich leicht in deinen Speiseplan einbauen und schmecken hervorragend. Streue sie über dein Müsli oder mixe sie in Smoothies. Du kannst sie auch mit Joghurt mischen. Wenn du gerne backst, füge gemahlene Leinsamen zu Muffins oder Keksen hinzu. Das verleiht ihnen einen nussigen Geschmack und fördert ihre Gesundheit. Um die Nierengesundheit zu unterstützen, ist es sicher, 1-2 Teelöffel gemahlene Leinsamen pro Tag zu verzehren. Wegen des hohen Ballaststoffgehalts ist es wichtig, Leinsamen schrittweise in den Speiseplan aufzunehmen. Das kann zu Verdauungsbeschwerden führen. Kombiniere Leinsamen nicht mit anderen ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Kleie, Flohsamen oder Flohsamenschalen. Dies kann zu Verdauungsproblemen wie Blähungen, Völlegefühl und Verdauungsstörungen führen. Denkt daran, dass ein übermäßiger Verzehr von Leinsamen zusammen mit blutverdünnenden Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten wie Aspirin und Varfarin aufgrund des Omega-3-Gehalts das Risiko von Blutungen erhöhen kann. Nummer 3. Kurkuma Kurkuma, ein gelbes Gewürz, das zum Würzen von Speisen und wegen seiner gesundheitlichen Vorteile verwendet wird, ist weit verbreitet. Kurkumin ist die wichtigste Verbindung, die Kurkuma seine charakteristische Farbe verleiht. Kurkumin ist ein starkes Antioxidans, das zur Erhaltung der Nierengesundheit eingesetzt werden kann. Es hilft bei der Bekämpfung von Entzündungen und neutralisiert freie Radikale. Das ist ein wichtiger Schutz für deine Nieren. Kurkumin unterstützt nachweislich die Gesundheit der Blutgefäße, indem es Entzündungen reduziert. Gesunde Blutgefäße helfen, den Blutdruck zu regulieren, verhindern Blutgerinnsel und sind wichtig für die Nierengesundheit. Kurkumin trägt auch zur Verbesserung der Nierenfunktion BI, indem es die Menge an Proteinen im Urin reduziert. Proteine sind ein häufiges Anzeichen für eine Nierenerkrankung. Es ist einfach Kurkuma in deine Ernährung einzubauen und es kann den Geschmack von Mahlzeiten verbessern. Du kannst es zu Suppen, Curries, Smoothies und anderen Gerichten hinzufügen. Goldene Milch ist ein schmackhaftes Getränk, das du aus Kurkuma, Milch, auf Milch- oder Pflanzenbasis und schwarzem Pfeffer herstellen kannst. Dadurch wird die Aufnahme von Kurkumin verbessert. Wähle 500 bis 1000 Milligramm Kurkuma pro Tag, was 50 bis 200 Milligramme Kurkumin entspricht. Die Dosierung für Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen sollte am unteren Ende liegen. Etwa 500 bis 1000 Milligramm Kurkuma pro Tag. Höhere Dosen könnten die Nierenschädigung verschlimmern. Obwohl Kurkuma ein sehr nützliches Gewürz ist, kann es Probleme verursachen, wenn es mit anderen Lebensmitteln oder Medikamenten kombiniert wird. Wenn du Kurkuma mit blutverdünnenden Lebensmitteln wie Knoblauch, Ingwer und Ginkgo kombinierst, kann das Blutungsrisiko steigen. Genauso kann die Kombination von Kurkuma mit oxalathaltigen Lebensmitteln wie Spinat und Rübenblättern das Risiko der Nierensteinbildung für diejenigen erhöhen, die dafür anfällig sind. Nummer 4. Fisch Fisch ist eine großartige Proteinquelle. Dieses Eiweiß ist gut für die Nierengesundheit und kann Gewebe im ganzen Körper reparieren. Wenn du eine Fischmahlzeit isst, nimmst du nicht nur eine leckere Mahlzeit zu dir, sondern versorgst auch deine Nieren mit den wichtigen Bausteinen, die sie brauchen, um optimal zu funktionieren. Lachs und Makrele sind außerdem reich an Omega-3-Fettsäuren. Diese Fettsäuren wirken als Schutz vor Entzündungen, die maßgeblich zu Nierenschäden beitragen. Die Omega-3-Fettsäuren erhöhen außerdem die Durchblutung und sorgen dafür, dass deine Nierenabfälle effizient filtern und ihre lebenswichtigen Funktionen erfüllen können. Fisch ist wegen seines geringen Gehalts an gesättigten Fettsäuren auch herzgesund. Das kann indirekt auch deinen Nieren zugute kommen. Für eine bessere Nierengesundheit solltest du zwei bis drei Portionen fetten Fisch pro Woche essen, Zähnt, Bee, Lachs, Makrele oder Sardinen. Außerdem ist es wichtig, beim Fischverzehr schädliche Lebensmittelkombinationen zu vermeiden. Die Kombination von Fisch mit oxalathaltigen Lebensmitteln wie Spinat und Rüben kann bei anfälligen Personen das Nierensteinrisiko erhöhen. Nr. 5 Olivenöl Olivenöl enthält Antioxidantien wie Vitamin E und Polyphenole. Diese Antioxidantien können zusammen mit anderen den oxidativen Stress und Entzündungen reduzieren, die Schlüsselfaktoren für Nierenschäden sind. Diese Antioxidantien können deine Nieren vor weiteren Schäden schützen. Die einfach ungesättigten Fettsäuren im Olivenöl können helfen, schlechtes Cholesterin und hohen Blutdruck zu senken. Dies trägt zu einer gesunden Nierenfunktion BE. Es ist phosphorfrei und nierenfreundlich. Wie viel Olivenöl du konsumieren solltest, hängt von deinem Kalorienbedarf und den Einschränkungen deiner Ernährung ab. Es wird empfohlen, Olivenöl anstelle anderer Fette zu verwenden und die tägliche Gesamtfettaufnahme auf 25 bis 35 Prozent zu begrenzen. Es ist wichtig, Olivenöl nicht mit verarbeiteten Zuckern oder natriumreichen Lebensmitteln zu kombinieren, da sie die gesundheitlichen Vorteile von Olivenöl zunichte machen und die Nieren schädigen können. Eine hohe Natriumzufuhr kann den Blutdruck erhöhen, während eine übermäßige Menge an Zuckerdiabetes verursachen kann. Beides kann sich negativ auf die Nierengesundheit auswirken. Nummer 6. Blaubeeren Die Vorteile von Blaubeeren gehen über ihre geringe Größe hinaus. Blaubeeren sind reich an Antioxidantien und Anthocyanen, die ihnen ihre tiefblaue Farbe verleihen. Antioxidantien sind wichtig, um oxidativen Stress, Entzündungen und Nierenschäden zu bekämpfen. Außerdem ist Vitamin K enthalten, das die Herzgesundheit fördert und die Nierengesundheit verbessert. Ein gesundes Herz ist wichtig für einen reibungslosen Blutkreislauf im ganzen Körper, der auch die Nieren mit einschließt. Ein gesunder Kreislauf hilft den Nieren, Schadstoffe und Abfallstoffe effizienter herauszufiltern. Blaubeeren enthalten außerdem wenig Kalium, Natrium und Phosphor. Blaubeeren sind nierenfreundlich, weil sie weniger als 150 Milligramme Kalium pro halbe Tasse enthalten. Dieser Mineralstoff belastet deine Nieren nicht. In einer achtwöchigen Studie zeigte sich, dass der Verzehr von 50 Gramm gefriergetrockneten Beeren bei fettleibigen Menschen mit hohem Risiko für Herzprobleme den Blutdruck um 4 bis 6 Prozent senkte. Das ist auch gut für deine Nieren, denn hoher Blutdruck schädigt Nieren und Nephrone. Er stellt ein Risiko für Nierenerkrankungen dar. Ein zweiter Vorteil. Blaubeeren können die Insulinempfindlichkeit verbessern und den Blutzucker regulieren. Damit deine Nieren vor einer diabetischen Nierenerkrankung geschützt werden, ist es wichtig, dass du einen stabilen Blutzuckerspiegel hast. Der hohe Vitamin-C-Gehalt in Blaubeeren stärkt dein Immunsystem, was das Risiko von Infektionen, die deine Nieren belasten könnten, verringern kann. Bevor du Blaubeeren in deinen Speiseplan aufnimmst, solltest du dir über einige Dinge im Klaren sein. Ein übermäßiger Verzehr kann zu Nierensteinen führen, da sie Oxalate enthalten. Blaubeeren sollten in Mengen von einer halben bis zu einer Tasse pro Tag verzehrt werden. Vermeide Blaubeeren, die mit Messirup oder Zucker gesüßt sind, um unerwünschte Kalorien zu vermeiden.